Hallo und herzlich willkommen Willkommen zu einem weiteren Let's Play Together mit mir, eurem Gunshot und Arch wieder mit dabei, diesmal auf dem Ghoulin-Gipfel. So, bo-bo-bum. Vorne bist du schon. Hinter uns ist aber auch was. Kommt wahrscheinlich gleich in unsere Richtung. Die Beide Torte scheint so, aber der nicht. Woh! Alter Schwede, ey. Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ich kann wieder was abhacken, den Battlefield-Arten zu sterben. Ich wollte von einem Baum erschlagen. Hätte ich auch noch nicht. Sehr geil. Egal. Kann so. Ich düse mal zu. B. Ich habe aber auch ganz ehrlich nicht gehört, dass jemand gerufen hat, Achtung Baum fällt. Also von daher konntest du auch gar nicht anders. So. Da oben. Und von der Seite. Nicht sterben. Komm. Ah. Ah. Das ist doch schon wieder. Ne? So. Oh. Reanimation. Alles wieder okay. Find ich herrlich von dir. Nein. Er hat mich nochmal gekriegt. Ah. Nochmal aufstellen. Ah. Jetzt ist es vorbei. Schade. So. Du bist auch tot. So. Wo wollen wir denn uns für das Ableben von eben rächen? Bei Alpha? Was meinst du denn? Ich muss ja mal gucken. Warte mal. Wir sind jetzt. Ja. A wird gerade getappt. Ich lass mal das wollen. Genau. Ich glaube ich hatte auch gar keine Munition mehr für die PDW eben. Das hat mich ein bisschen. Wie viel war gerade? 124 Schüsse. Die sind doch schnell verballert. Ich kann ja auch gleich übrigens. Ich hab ja ein. Ich hab ja was drauf. Ich brauche jetzt nicht mehr bei Kim und Korn. Schießen hier bitte. Reflex. Wo liegt der denn? Jetzt muss er sich bewegen. Der ganz seltsam unter der Kante da. Weg ist er. Der Medium-Mug. Ist jetzt ein toter Mug. Die Bravo ist jetzt unter unserer Kontrolle. Gut durchgebraten. Die Medium wird das schon gerichtet haben. Äh die Medium. Wer hat das überlebt? Wer hat das überlebt? Du? Was? Der hat... Schon gut. Was willst du denn? Die Granate oder was? Ja. Der hat mich ja weggeholen. So. Die Granate hab ich geschmissen. Ach so. Hä? Dann hab ich ihn jetzt schon wieder gestorben. Hier komm rauf aus Kurt. Keine Ahnung. Vielleicht bist du gestolpert. Hast du gerade mit dem Gas gespielt? Hä? 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 Pass auf! Jawoll! Mitgeholen Kopftrepp! Oh nein! Dein Ernst! Hast du mich jetzt gerade sterben lassen? Bist du abgesprungen? Alter! Du musst ja auch mal ein Opfer bringen. Ich hab gerade, während du gefahren bist, Kopftreffer geschafft. Ja? Bei dem Typen. Lache, freu mich drüber. Ja. Freu mich drüber. Und dann haust du mich da gegen den Felsen oder was? Ja komm, jetzt wird's lustiger. Ich hab ein Dirtbike. Na toll. Nochmal sterben. Nein! Nein! Du kennst doch meine Fahrkünste hier mit dem Ding. Ja. Warte da. Stillhalten! Ich halt voll still. Jo, ist weg. Kannst weiterfahren. Boah, guck mal. Warte, warte, Stillhalten. Alter! Hier, hier, hier. Warte, wo hier? Weg unter dir! Unter dir, Alter! Der sitzt genau vor dir! Was machst du denn? Hahaha! Alter! Herrlich! Du, ich hab ein Ziel gehabt, da war ich die ganze Zeit drauf. Und dass du... Den hätte ich mit nem Reifen in ne Kimme fahren können. Warum machst du das denn nicht? Ich scheue ihm das Ding wund, bis er krepiert. Das ist mir doch egal. So. Wo bist du eigentlich stiehlen? Da. Mal gucken, ob das so ne gute Wahl war. Hahaha! Ja, diese Map ist auch ein bisschen dumm hier, finde ich. Ich werd, äh, beschossen. Gut. Das war keine so gute Idee, hier einzuschreigen. Ich bin zu dem Schluss gekommen und durch reifliche Analyse... Gut. Jetzt nehm ich mir mal kurz die Zeit... Entschuldig's mich bitte, äh, dass ich, äh, mir eben kurz mein Reflex drauf knall. Und sonst hab ich ja nichts freigeschaltet. Ist schon ein bisschen deprimiert. So. Gut. Ich steck wieder bei dir ein. Mhm. Ich steck wieder bei dir ein. Bring dich in Sicherheit. So, hier meinen sich ein paar hinter dem Heli verstecken zu können. Ich hab jetzt einfach mal ein paar Granaten reingeschmissen. Auf mich wurde geschossen. Ich habe das, äh... Auf mich wurde geschossen. Leise aufschlagen der Kugeln. Neben mir gespürt. Äh, gehört. Gespürt, ne. Hier wurde grad noch... Einer getaggt. Wollte ich doch grad sagen. Der steht hier noch. Da ist noch einer hinter, hinter so einem grauen Container. Der Arorongsia 00. Also manchmal hab ich echt so das Gefühl, ne. Bei der Namensgebung, die die da für ihre Leute gemacht haben, sind die vorher noch mal kurz auf den Kopf geknallt. Und... Haben dann gedacht, joch, jetzt zipp ich was ein. Ganzes Magazin wieder für einen. Das kannst keinem erzählen. Welche Waffe benutzt du denn da? Die PDWR. Aber das ist auch, weil ich mit der immer zu oft... Irgendwie erst links anhalte und dann... Oh. Hier ist direkt einer bei uns. Da. Die spawnen hier wieder alle. Nein, er wehrt mich ab. Er hat mich getötet. Ich wollt'n Messern. So messert man nicht. Ich hab' mir gedacht, der ist im Feuergefecht und vergisst das. Ich, äh... Ich weiß, ich werd's bereuen, ob ich joine bei dir. Hahaha. Okay. Ich hab' jetzt einen, äh... Reflex, also einen roten Punkt, wie sie... Wie... Visier drauf. Ja, 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 komm. Das ist ne Mischung aus Battlefield und Tony Hawk. Hier siehst du den? Guck mal. Zack. Nein! Hilfe! Ich hab' ihn. Ach, eben auch die Alternative. Gut, ach... Du hast mich widerstehen lassen! Was lässt du mich denn widerstehen? Na, weil du unfähig bist da hinten drauf, den umzuhauen. Also, äh, jetzt, äh, ne? Pass, äh, pass mal auf. Ja, ist ja gut. Nein, ist okay. Doch. Du meinst hier Squad-Liter zu sein, ja? Ja. Aber null Verantwortung für deine Leute zu übernehmen. Ich kann dich ja mal kicken, mal sehen, wie du denn guckst. Ne, ich kann dich ja mal kicken. Das ist mir völlig egal. Dann geh' ich wieder auf'n Only-Sniper-Server. Da haben mich alle lieb. Ja, kannst du. Hahaha. Ja. Die sind alle hinter mir, ja. So. Bist du jetzt bei mir jetzt spawnt? Ne. Ne? Bei wem anders. Und? Und ist das dein Ernst? Hm. Das ist jetzt hier Gran Turismo Battlefield Edition. Boah. 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 Guck mal, was da kommt. Alter. Hahaha. Okay, das kam unerwartet. Gut. Ich fahr' nie wieder mit dem Arch-Train. Ich kann... Ich kann auch noch nicht. Ziel war Metro. Ja. Wo sind wir gelandet? Guilin-Gipfel nennt sich das. Ja, das weiß ich. Und da haben wir ja Metro als Rework drin. Charlie wird gedingst, aber ich... Hm, ich fahr' mal zu. Ja, ich komm mit. Da. Da. Da war einer. Da. Immer noch. Da. Was denn? Ne. Doch. Einen hab ich. Aber... Hier waren noch äh... Jointer und... Keine Ahnung. Bob Marley war auch hier irgendwo in der Nähe. Wo geh'n wir jetzt hin? Wo geh'n wir jetzt hin? Foxtrot ist grad wie der eigene Ding ist. Lass uns mal... Da. Wo der Heli ist. Vor dem... Ah kacke. Ich hab' aber das falsche Ding mit. Siehst du das? Oh, was? So ein Millimeter dran vorbei. Nein! Oh, ich... Bleib doch mal. Flieg doch mal. Oh. Jetzt komm's runter. Ich flackier nicht. Ich sterb' hier wieder. Das... Das ist ein Kackding. Ich nehm' hier die Flugabend. Zwei. Hab' ich gesehen. Zwei. Zwei Stück hat er abgesetzt. Ich switch mal kurz auf die Stinger. Weil hier sind zu wenig Fahrzeuge, als dass ich das... Brauch' hinter dir. Was machen wir denn hier? Nö, mal so die ganzen Features ausprobieren. Ja. Das war jetzt das Kletterfeature. So, jetzt lass uns was hin. Scheiß auf Urlaub. Ich geh' hier wandern. Hier brauch' ich mich nicht mal anstrengen, oder? Ach, die leichten Sonnenstrahlen. Ich seh' alle links, oder? So. Mich schießt hier wer ab. Ja, wir hatten auch den... einen Tunnel, den wir nicht sichern können. Ja. Cheat. Chrome. Mapvote ist grad' raus. Ich nehm' mal locker. Ich hab' Sichtkontakt zu den feindlichen Schlafschützen. Östlich von deiner Position. Äh, links von uns. Ob das so... Fahr' einfach weiter. Ich steig' mal hier aus. Ja. Warte, komm her. Ich meinte mir die Becke. Was ist das? Was ist das? Ich glaub' das ist der feindliche Bomber. Da waren zu viele. Die kommen aber auch immer. Ne? Nicht, nie. Ba, B, O, B, Bö. Ne, alleine. Kannste keinem erzählen was hier schon wieder... Oh, die haben fast alle Punkte. Was ist denn mit unserem Team los? Ne, ich weiß nicht. Ich hab grad irgendwie keinen Bock. Ich weiß wie ich das Let's Play nenne hier. Ja? Ne, das sag' ich doch jetzt noch nicht. Am Ende nehm' ich ein anderes und dann hab' ich mich im Video verraten. Dann sagen wir, äh, äh, weißt du? Hast du doch nicht so hin an? Da hab' ich keinen Bock drauf. Warte mal, ich steig' freiwillig ab. Ja, ich bin schon. Mann, von wo denn? Von rechts unten. Vom Funkmast. Ach, ich is doch zum... Da oben auch noch. Wir haben aber auch keinen Commander. Also, das ist schon... mies. Ich bin mal im Heli ne Runde. Boah! Da ist ein anderer Heli. Äh, den kann ich nicht runterholen. Es sei denn, wir nehmen Foxtrot ein. Ne, kriegen wir nicht hin. Ich will da spawnen und den runterholen. Scheiße. Jetzt kommt der rüber. Zu Alpha. Ich komm' mal zu dir. Und ich hol' mir den Heli, wenn der hier rüberkommt. Siehst du'n schon? Da! Oh. Ich mach' du Splatt, du dreckige Sau. Bäm! Nochmal. Ist er kaputt? Ja, ist wieder vorher ausgestiegen und ich krieg' mir da keine Punkte dafür. Dass die einem das auch nicht gönnen, ne? Da hat man sich das schon mal verdient. Ich hab' mit Feindlichkeiten geschützt und nördlich deiner jetzigen Position gesichtet. So, jetzt kommen da vorne wieder ein paar, wa? Müssen auch aufpassen, von links hinten kommen auch welche. Also von Richtung Echo. Achtung! 1,50, Foxtrot, wo du nötigst. Ja, da wo du hin unterwegs bist, noch ein bisschen scharfer nach links gucken. Und dann müssten da auch welche rumfläuchen. Bei den Reisterrassen. Ja, da hab' ich, äh, eben noch welche gesehen. Ne, ist nichts mehr. Dann haben sie die schon weggemacht. Ja. Lass mal zu F, zum nächsten. Ja, da hat man jetzt mal ganz schön gesehen, dass so ein verbündeter Bomber alles so anrichten kann. Mhm. So, hier ist wieder ein bisschen Action. So, mal kurz Magazin vollgemacht. Damit ich auch mit vollem Magazin stammen kann. Weil... Welche Fans sind wir? Dieser Wichser, ne? Ich... Ich... Was sind der? Wir sind ganz... Ich könnt, ich... Ich... Nee. Da sind zu viele. Ich weiß auf nem Mini-Map gar nicht mehr, wo ich mich hin bewegen soll, wenn ich gucke. Mh... Das Ding nochmal einnehmen gerade. Dann schnapp ich mir ein Quad und fahr da wieder hin. Na gut, ich spawn aber auch bei dir. Quad hast du schon? Ja. Ey, ey, das war anders drauf. Ey, bleib. Jo. Oh, kacke. Weißt du, wie viele aus dem Waldgebiet kommen? Ne. Das willst du ja auch nicht wissen. Ich bleib hier unten, ne? Und ich sicher auch ein bisschen. Oh, die nächste ist Storm of Paras, ey. Okay. Sehr schön. Boat time. Scharfschütze. Ja, das ist immer noch so eine Sache, was ich im Battlefield kritisiere. Dieses Spawn-System ist einfach für ein Arsch. Hm. Die Springen sind hier schon wieder abgesprungen und hier ist irgendwo einer. Warum sehe ich den nicht? Oh, jetzt ist er tot. Gut. Ich bin unterwegs zu Echo. Ich bin unterwegs zu Echo. Dann. Gut. Die Entfernung konnte ich natürlich jetzt mit dem PDW nichts dazu beitragen. Bam. Ich renne hier. Voller Eifer. Ne? Wir haben gerade Einsatzstil Echo. Wir haben gerade Einsatzstil Echo. Ne? Wir haben gerade Einsatzstil Echo. 5 Milliarden Leute sind hier. Ich werde wahrscheinlich wieder der sein, der stirbt. Die kommen gleich von oben an die fahren, könnte ich bitten. Ne? Jetzt sind wir auch ein bisschen viel hier. Echo haben wir auch. Passt. Wir wollen doch noch irgendein Quart. Oh. Bomber. Hast ne? Ne. Ich hab ihn nicht. Aber der Bomber hat uns gerade beballert bei Echo. Hat mich, äh, helft runtergehauen. Ey Comrade, nehm mich mit. Ja, sehr geil. So, mal sehen, wie er fahren kann. Hä? Achso. Da wollte wer anders mit. Ha, ich saß schon drauf. Er fährt sehr vorsichtig. Oh, das waren 360 Backflip mit Kickflip. Alles. Wir haben gerade die Kontrolle überrennen wir die jetzt oder sind wir einfach bloß nicht mehr bei der Action dabei? Wo ist der Typ jetzt hin? Er ist schon tot. Mensch, der hat die gerade so schön im Target. Ich hab den eben. Ich auch. Nein! Oh, es wird abgehauen. Oh, jetzt haut er wieder komplett ab, Mann. Das ist doch für ein Punkt. Jetzt schön den Elefantennamen dabei haben. Dann hätt ich schon ein paar wegretzen können. Ja, auf die Entfernung. Na, kommt doch nochmal auf. Jetzt hab ich dich so doll angehittet, jetzt darfst du auch sterben. Nö, hat keinen Bock mehr. Dann kommt der Knochenhalser. Hund. Von da hinten, ne? Der dobe Heli. Oh, sehr toll. Gut, mein Freund. Willst du nicht nochmal kommen mit deinem Helikopter? Ich hab da jetzt ne Überraschung für dich mitgebracht. Komm her. Ist wie Feuerwerk, nur schöner. Krieg ist hier, hello. Der Sound ist geil. Japp, japp. Und wir sind die DJs. Ja, und ist hier vorbei. Ja. So gut wie. Das gegen N hab ich hier nicht mehr. Hm, der ist ja mir vorbeigeschlittert. Naja. Hat nicht sollen sein, dass ich noch einen Kill krieg. So. Dann wollen wir mal gucken. Ein paar Punkte haben wir gekriegt haben. Auch bei dieser etwas chaotischen Runde. Vielleicht nicht viel, aber immerhin. Kommt ja auf den Spaß an. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Und hoffe auch, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es heißt, let's play together. Oder let's play ganz normal mit eurem Gunshot. Bis dahin wünsche ich euch was. Euer Gunshot. Also, ich wenn andere死orden. Okay. Also, Labor. Und... Ich hoffe, ihr seid. Wir suiteen euch zusammen. Untertitelung des ZDF, 2020